Ja hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video auf meinem Kanal Let's Play Fallout Shelter. Wir sind wieder voll mit dabei, ihr seht schon, wir haben hier die nächste Bewertung erhalten. Die ist um einiges schlechter geworden als die vorige. Ja, wir haben auch einige Probleme und versuchen gleich mal diese zu lösen. Die 40 nehmen wir mit und dann geht's gleich los. Alles rot, wir haben fast gar nichts mehr. Wir nehmen mal alles, was wir kriegen können, machen alle Updates von den Leuten. Wasser, Strom, Spritzen, wenigstens 30 Minuten was gekommen, aber ihr seht schon, ui, es ist alles viel zu wenig, was wir da haben. Alles viel zu wenig. Fangen wir gleich mal an. Strom als allererstes. Das ist Wasser. Strom als allererstes, den großen Generator mit 36 Prozent, werfen wir mal an mit einem Turbo. Jawohl, super. Ist schon mal gut. Wir haben Strom. Jetzt nochmal schnell was zum Essen. Unser großes Deiner aktivieren wir. Und, jawohl, super. Auch hier haben wir den grünen Bereich erreicht. Jetzt noch Wasser. Wasser haben wir gar keines. Wasserbehandlung. Da ist keiner drinnen. Okay, ja, ist richtig. Dann hier aktivieren wir den. Super. Sehr gut. So, aber noch immer zu wenig Wasser. Das heißt jetzt mal, bei dem, was haben wir da jetzt drinnen, den Deiner da oben brauchen wir momentan nicht. Essen haben wir ja genug. Also kommst du mal da rüber. So, und wenn du jetzt da drüben bist, einmal Tempo machen, aktivieren. Fehlgeschlagen. Nicht gut. Was haben wir jetzt da drinnen? Feuer. Helfen. Gut, da oben hilfst mir schnell. Und du da drüben gehst auch schnell rüber und hilfst. Schauen wir mal, dass wir das Feuer in den Griff kriegen. Wie schaut es da draußen aus? Johann Campbell hat auch nicht mehr allzu viel Energie. Hat Schaden erlitten um einiges. Okay, und unser zweiter, der Noah Graham, hat noch ein bisschen Energie. Ich würde sagen, wir holen den Johann Campbell mal zurück. Komm mal zurück, Junge. Du hast nicht mehr allzu viel Energie. Sterben sollst du da draußen nicht. Schließen. So, da drinnen. Problem behoben. Also nochmal Wasser. Tempo. Aktivieren. Super. Unbedingt notwendig. Wir hatten fast kein Wasser mehr. Und oben machen wir gleich dasselbe. Tempo. Aktivieren. So, und jetzt geht uns natürlich der Strom wieder langsam aus. Nehmen wir das kleine Kraftwerk. Das ist hier oben. Tempo. Aktivieren. Okay, sieht schon mal besser aus. Wir haben schon nochmal 35% da oben gehabt. Seht ihr das? Ganz schlecht. Ah, jetzt müssen wir das wieder hochkriegen, weil das ist ja wirklich ganz furchtbar. Denn Diner geben wir auch ein Tempo. Die Leute sind sehr unzufrieden, fehlgeschlagen. Jetzt haben wir da oben den Kakerlakenbefall. Da haben wir irgendwo... Hier haben wir ihn. Du kommst gleich mal hierher und hilfst. Du kannst ihn nämlich erschießen. Hier ist eine drin, hier ist eine drinnen. Die Olivia hat den Kakerlakenbefall schon gelöst. Okay, sehr gut. Essen haben wir noch immer zu wenig. Olivia. Tempo. Aktivieren. Oh, die Zufriedenheit nimmt wirklich stark ab. Gefällt mir nicht. Wir geben den Generator auch gleich noch einmal in Tempo. Okay, jetzt haben wir alles im grünen Bereich. Aber jetzt werden wir mal vorsorgen, dass das nicht so schnell nochmal passiert. Was können wir da machen? Wir können Wasserbehandlung auch gleich hier nochmal in Tempo geben. Erfolgreich. Und dann gehen wir ihm mit der Pistole, sicherheitshalber, hier nach vorn. Das war der Falsche, gell? Die laufen dann eh kreuz und quer. Und dich können wir jetzt da gebrauchen. Unten im Deiner. Kannst du da mal aushelfen? Hierher. Sehr gut. So, wir brauchen Essen. Da ist keiner drinnen, ist klar. Aber unten das große Deiner. Tempo. Aktivieren wir. So. Jetzt haben wir viele Kronenkorken dazukriegt. Wir haben aber recht wenig Zufriedenheit. Strom. Strom, Strom, Strom. Wasserbehandlung. Generator. Tempo. Aktivieren. Bell geschlagen. Was kriegen wir für ein Problem da oben? Wir haben unseren jungen Trainer. Jawohl, da haben wir den richtigen Trainer. Der hat die Pistole, glaube ich, oder? Der Noah. Warum ist denn eigentlich der Noah da drinnen? Okay, der heißt auch Noah. Okay, gut. Der hat aber keine Pistole, oder? Der Noah braucht schon eine Spritze. Den geht es nicht mehr so gut. Aber er hat es geschafft. Noch einmal. Generator. Ah, 56%. Was ist denn hier oben mit der Wasserbehandlung? Da haben wir zu wenig Strom. Wir brauchen Strom. Generator. Großer Generator. Tempo. Aktivieren. Feld geschlagen. Und die Leute sind sehr unzufrieden. Ich mache jetzt folgendes. Ja, ich habe da unten ja einen Generator. Ich baue jetzt schnell einen dazu. Irgendwo brennt es momentan noch, oder? Ah, das sind die Kakerlaken. Brauchen wir Hilfe. Geben wir Hilfe rüber. Alle helfen. Schnell, schnell, schnell. Wir bauen noch einen Generatorraum dazu. Wir haben zu wenig Strom. Und natürlich jetzt auch zu wenig Wasser. Das müssen wir jetzt in den Griff kriegen, sonst schaut es nicht gut aus. Der hat wenigstens eine Pistole und kann die ganzen Kakerlaken tot schießen da unten. Sobald wir jetzt das erreicht haben, sehr gut, bauen wir gleich noch einen Generator hier dazu. Damit wir Strom kriegen. Und versuchen wir auch gleich das Tempo nochmal zu aktivieren. Sehr gut. Und auch jetzt gleich Wasser danach. Tempo. Essen. Ach, fehlgeschlagen. So, Feuer. Du musst helfen. Und dir geht es nicht mehr gut, gell? Schnell eine Spritze. Bitte löscht das Feuer recht schnell, wenn du das kannst. Ich brauche jetzt nämlich Wasser. Und solange ihr da herumspielt mit dem, habe ich kein Wasser. Okay, super. Und gleich nochmal. Tempo. Aktivieren. Ich glaube, das war jetzt nicht gut bei 66%. Ja, habe ich mir gleich gedacht. Nicht gut. Noch mal helfen. Ich muss dann den Herunteren nehmen. Hilft nix. Stufenmecherung. Wie geht es da draußen? Noah Graham. Der ist doch unterwegs, haben wir gesagt. Und der andere kommt zurück. Okay. Passt. Dann habe ich mir hier Wasser. Tempo. Aktivieren. 48% dürfte besser sein. Auch fehlgeschlagen. So, komm gleich helfen rüber. Du hast eh die große Pistole. Schießen wir alle nieder. Ist cool, oder? Schaut mal. Super, erledigt. Noch einmal. Tempo. Aktivieren. Ja, voll geil. Na super, Gott sei Dank. Noch immer nicht wirklich viel. Wo haben wir noch schnell Wasser? Generator. Hier haben wir noch Wasser. Wasser. Tempo. Aktivieren. Fehlgeschlagen. Ach Gott. Ach Gott. So, komm gleich helfen rüber. Hast du eh gerade erhören gekriegt? Ja, helft gleich. Ja, hast du eh die große Funsen. Genau, schieß sie nieder. Super, passt. Okay, gleich noch einmal probieren. Tempo. Aktivieren. Wieder fehlgeschlagen. Ei, das schaut nicht gut aus. Komm, geh helfen rüber. Du kannst dir auch helfen. Erledigt. Haben wir noch was auf die schnelle Wasser? Nur da unten, gell? Da habe ich keinen drinnen. Ja, da unten, da oben weiß ich, okay. Doch. Wo ist denn der da unterwegs? Und jetzt da noch ein Teiner dazu? Oder können wir den verbessern? Bringt das mehr? Verbessern wir den Teiner? Machen wir das einmal. Okay. Strom, zu wenig Strom. Zu wenig Essen. Können wir jetzt mal Tempo geben beim Essen. Das Unfallrisiko ist hoch. Hier Tempo ist auch hoch. Und hier Tempo ist überall hoch. Okay, Strom haben wir. Essen, kleiner Teiner, wie schaut es mit dir aus? Ja, sehr gut. Machen wir. Fehlgeschlagen. Feuer. Können wir eh schon alles rüber mit dir helfen. Hier haben wir was zu essen. Schauen wir mal gut, dass wir nicht verhungern. Stufe höher. Hoffentlich kommt jetzt nicht der Überfall oder so. Das könnte ich gar nicht gebrauchen, ehrlich gesagt. Kommt, löscht das Feuer. Macht schon, Leute. Da hat er ewig. Ja. So, jetzt bringen wir es noch einmal. Tempo. 46 Prozent. Kommt schon. Jawohl, super. Okay. Wasser. 68 Prozent. 66 Prozent. Das ist nicht gut. Ich habe mir gedacht. Habe ich mir gedacht. Rüber mit dir. Helfen. Wie sieht es denn hier aus eigentlich? Eins, zwei, drei, vier, fünf, da sind nur sechs Leute drinnen. Die sind nicht sehr zufrieden miteinander. Was kann ich jetzt noch dazu bauen, damit es besser geht? Hier unten den Generator. Wir werden den Generator vergrößern. Den Felsenzerstörmer. Wir bauen hier noch einen Generator dazu. Dann haben wir einen großen Generator wieder oben. Strom haben wir immer zu wenig. Also bauen. Generator. Hier dazu. Und gleich, weil es so schön ist, einmal Tempo. Erfolgreich. Gut. Strom haben wir. Wasser haben wir noch immer zu wenig. Was mache ich jetzt? Wo baue ich jetzt noch ein Wasser dazu? Die Baraketom ist eh groß genug. Oder der Deiner unten ist groß genug? Keine Ahnung. Hier kann ich nichts mehr wegbauen. Oben kann ich nichts mehr dazu bauen. Da stehe ich an. Ich muss hier. Oder wir erhöhen den Deiner. Das machen wir. Wir erhöhen den Deiner. Verbessern den um 2,50. Und dann probieren wir gleich mit Tempo Essen zu machen. Super. Jetzt hat es dann ein bisschen Essen. Wasser. Wir erhöhen das Wasser. Das können wir noch machen. Und geben ihm. Boah. 76 Prozent. Unfallgefahr geht nicht. 58 ist auch sehr viel. Wasser. Tempo. Na ja, 66. Das ist alles zu viel. Mit Wasser haben wir ein Problem. Das war Glück. Aber es ist zu wenig. Können wir das Wasser da noch erhöhen? 2,50. Haben wir nicht. Essen. Können wir probieren. Fehlgeschlagen. Ah. Feuer. Komm Junge. Hilf Rumpen. Du hilfst auch schnell. 30 Prozent Zufriedenheit. Gefolgt mir überhaupt nicht. Kriegen wir nicht in den Griff. Kriegen wir nicht in den Griff. Was haben wir da oben jetzt eigentlich noch? Da läuft der Kleine rum. Der Ninja. Wisst ihr was? Wir schicken den Ninja mal raus. Ninja. Geh mal raus. Geh mal raus. Erkundige mal. Ne? Machst nicht? Geh mal raus. Kriegst du mir was mit? Was kriegst du mit? Waffen. Wir haben nicht wirklich viel, gell? Ne. Und Hund haben auch keinen. Du musst leider ohne irgendwas mal versuchen, die Gegend zu erkunden. Geh mal los. Geh mal los. Stufe höher. Wir haben wenig Nahrung, hat er mir gerade gesagt. Ich weiß, wir haben auch wenig Essen, trinken. Nahrung. Tempo. Was haben wir da noch für Möglichkeit? Wasser. Tempo. Auch nicht gut. Generator haben wir aber genug. Ja, ich muss das hier probieren. Es hilft nichts. Nahrung. Tempo. Aktivieren. Bell geschlagen. Yuhu. Tralala. Kakerlakenbefall. Hälfte da unten. Hilf du auch da drin. Schnell, komm. Bringt das in Ordnung. Ach, das mit dem Essen ist echt ein richtiger Schmann. Ihm geht es auch schlecht mit der Waffe. Er hat es überlebt, aber ich könnte eine Spritze gebrauchen, ganz ehrlich. 63 Prozent. Ich muss noch einmal probieren. Ich brauche Essen. Ja, Gott sei Dank. Super. Jetzt noch ein Wasser und dann wäre ich schon wieder glücklich. Bell geschlagen. Was auch immer. Hilf gleich. Rüber mit dir. Du hilfst auch gleich. Mit meiner Waffe ist er gestorben. Den brauche ich. Wiederbeleben. Komm, hilf wieder. Wird aber natürlich schon besser, wenn ich eine Spritze hätte. Der geht jetzt nicht mehr so gut. Wasser. Essen. Nee, Wasser. Wasser. Ich brauche Wasser. Ich glaube, ich muss kotzen, sagt er. Du hilfst dann da drüben. Und du auch. Das täte ich schon. Ja, genau. Schieß sie alle wieder. Super. Und gleich noch einmal Wasser. Wir müssen es passieren. 76 Prozent. Das ist gut geworden. Okay. Okay. Trotzdem gefällt mir das überhaupt nicht. 68 Prozent. Erfolgreich. Mal klicken. Und hier oben. Wasser. 76 Prozent. Ja, klar. Das kann auf die Dauer nicht so gut gehen. Gleich helfen. Du auch. Wir bauen noch Wasser dazu. Es hilft alles nichts. Wir bauen... Achso, ja, gar kein Geld. Gut für's, gell. Wir bauen... ...bem Generator da hinten nicht, oder? Wir bauen hinten bei dem... ...bei der Baracke. Bauen noch ein Wasser dazu, wenn wir genug Geld haben. Was macht ihr da, ihr zwei? Drei? Macht drei Frauen, habe ich da. Na, das habe ich gut gemacht, ja. Die werden überhaupt keine Angst haben vor Kakerlaken, gell. Kann mir helfen rüber. So, jetzt bitte. So viele Leute. Macht was. Einer ist schon gestorben. Na? Ja. Aber ich werde dich jetzt nicht zum Leben wieder erwecken. Ich baue jetzt da... ...hier... ...noch ein Wasser dazu. Wasser bauen. Ja. So, und dann schicken wir gleich mal auf die Schnelle... ...eine da rein. Geringe Zufriedenheit. Ich weiß, ich weiß, ich bin eh dran. So, und werden Wasser erhöhen. Okay. Einmal noch einmal. Fehlgeschlagen. Ach Gott. Helfen. Du auch. Helfen. Schnell, 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 Leute. Schnell, schnell, schnell. Ich habe alles rot. Ich habe alles rot hier. Wenig Energie. Der ist ja schon mit der Kerze da. Kommt schon. Okay. Energie. 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 Komm, wir brauchen Energie. Das schaut nicht gut aus. Kakerlakenbefall. Helfen. Helfen. Du auch runter zum Helfen. Der hat nicht mehr viel Leben. Der wird auch sterben da unten. Du hast eine Waffe, gell? Hilf da unten. Die Bar-Kakerlaken könnte jetzt doch bitte zusammenkreten, oder? Na, was tust du mit deiner Waffe? Gar nichts, gell? Ach, die sterben alle unten. Und die Leute, die da sind, helfen eigentlich nicht so wirklich. Nee, die sterben alle. Ich habe auch kein Geld zum Wiederbeleben. Ich schicke sie jetzt mal alle dorthin. Ah, eine Spritze. Wie geht es denn euch? Dir geht es nicht mehr gut? Du kriegst eine Spritze. So. Alter, mir gehen die ganzen Leute ein. Könnt ihr da bitte helfen? Ich muss den nach Hause schicken, auch den zweiten. Rückruf. Ninja, zurück. Noah Graham, zurück. Und du kommst ja sowieso zurück. Leute, ich brauche euch zu Hause. Es hilft nichts. Meine sind hier zu dämlich, diese Kakerlaken wieder in den Griff zu bekommen. Tempo. Da ist keiner drin. Ja, verstehe ich. Hier ist aber auch keiner mehr drin. Die sind alle tot. Da unten sind auch alle tot. Der da oben wäre zwar drinnen, hat aber keinen Strom mehr. Wie schaut es da aus mit Wasser? 86%. Na, jetzt wird es lustig. Wo kriege ich jetzt mein Wasser her? 76%. Was mache ich jetzt bitte? Jetzt ist wirklich gut oder teuer? Kriege kein Wasser her. Die sind tot da unten. Die kann ich nicht wiederbeleben. Momentan. 36%. Da kann ich es probieren. Ja, sogar da. Mit 36% kriegst du es fehlgeschlagen. So, jetzt machen wir es jetzt. Und wir haben gar keine Leute mehr. Du da oben runter. Sie stirbt ja gleich. Da sie gleich stirbt. Kommst du da rauf? Hallo. Komm schon. Kann ich dich nicht anklicken? Nö, kann ich nicht. Jetzt habe ich oben Kakerlaken, unter Kakerlaken. Die sind schon tot. Da raufen überall die Mäuse herum. Kann jemand die Leiche rausbringen. Da sind auch schon überall. Der geht nicht hoch. Komm, rüber damit ihr. Überall sind die Kakerlaken schon. Leute, jetzt müsst ihr aber alle zusammenhelfen. Kommt schon. Die Kakerlaken nehmen überhand. Viele Leute habe ich nicht mehr. Ja, erschießt wenigstens die da unten. Du weißt zwar nicht, dass du da machst. Aber du gehörst da nicht hin. Du gehörst da nicht hin, Herr Witzelt. Ja, super. Aber wir haben auch immer viele Kakerlaken hier. Wo sind die noch? Moise haben wir auch hier. Überall. Und die tun nichts, die Leute. Jetzt haben wir einen richtig super Bunker überlaufen mit Mäusen. Ah, jetzt haben wir endlich mal Ruhe gekriegt. Aber ich habe keine Leute mehr. Ah, da kommt ein Ninja heim. Komm Ninja, geh mal rein. Ja, alles was du gekriegt hast, rein mit dir. Früher war es nicht anscheinend. Wasser haben wir geerntet. Wo ist denn mein Ninja jetzt hin? Da ist er. Komm gleich mal runter, da. Braucht ich. Generator. Tempo. 36 Prozent fehlgeschlafen. Momentan mag mir das, glaube ich, gar nicht. Da hinten steht auch einer drinnen. Für nix. Da steht auch einer drinnen. Für nix. Da könnt ihr auch helfen. So, noch einmal Tempo. Strom. Das ist ja gar nix, bitte. Auch das ist zu wenig. Dunter in den Dainer. Momentan brauche ich niemanden in den Baracken drinnen. Leute, ich brauche euch hier. Weggeschlagen. Helfen. Helfen, helfen. Alle bitte helfen. Du rennst weg. Du rennst weg mit der Waffe. Du bist der richtige Kopfhörer. Naja, also so einen Namen. Naja, da geht es nicht mehr so gut. Zu. 77 Prozent. 67 Prozent. Leute, das schaut schlecht aus. Das schaut sehr, sehr schlecht aus. Ich habe gesagt, wir machen beim nächsten Mal weiter. Falls es überhaupt noch weiter geht. Wir verbrennen hier alle. Wir haben Kakerlakenbefall. Das Feuer müssen wir vorher noch löschen. Es schaut nicht gut aus. Wir holen sie alle mal hierher. Oh, jetzt geht es da schon weiter mit dem Feuer. Wahrscheinlich brennt mir gleich die ganze Bude ab. Das Feuer müssen wir noch löschen vorher. Rauf mit euch. Rauf mit euch. Ihr seht ja, dass da oben brennt. Was ist denn mit euch los? Rennen da unten jetzt herum. Du setzt ihn. Natürlich, du setzt ihn mal jetzt da zu deinem Burger. Du hast recht. Oben brennt es. Und du? Was machst du? Du setzt dich zu deinem Burger. Die rennt schreiend herum, statt es in den Feuerlöscher nimmt. Der Ninja unten gibt die Mühe. Ist ja ganz alleine. Da oben sind sie zu zweit. Hier ist auch noch einer. Hilft dem Ninja wenigstens. Der hat das unten gleich in den Griff. Aber da oben brennt es richtig. Und wenn wir so weitermachen, wird das noch sehr lustig. So Leute, rauf hier. Ninja macht das alleine. Aber ihr da oben braucht es noch. Hilfe. Wie viele Leute habe ich eigentlich noch? 20 von 36. Ich habe gar keine 20 Bewohner da. Sind die Toten wahrscheinlich auch alle dabei, die da liegen? Ninja, komm, hilf hier. Da unten sitzt auch noch einige. Ich kann auch mithelfen da oben. Ach was, ihr macht das schon. So, wenn ihr jetzt endlich mal schafft, das Feuer zu löschen, teile ich euch noch alle einen Raum zu. So, du hast einen Raum, du kriegst einen Raum. Da oben ist ein Raum, was wichtig wäre für mich, wäre der Spritzenraum, also diese Krankenstation, die braucht man unbedingt. In den Baracken brauchen wir niemanden drinnen, können wir da jemanden zum Leben wiederbeleben. 180 geht sich gerade nicht aus. Dabei hat er, glaube ich, unsere Weste an. Der geht sich auch aus, der Jordan. Okay, nehmen wir den wenigstens. So, okay. Da sind zwei drinnen. Brauchen wir nicht. Einen in den Deiner. So, und somit, meine Lieben, schaut es ganz schlecht aus. 29% Kunden, nein, Kunden, Bewohnerzufriedenheit und alles im roten Bereich. Wir lassen es trotzdem mal für heute. Ich hoffe, ihr schaut es beim nächsten Mal wieder rein. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Bis dann. Tschüss, ciao und baba. Tschüss, 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 tschüss.